Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 27. Dezember 2021. Ihr hört heute die Geek Talk Daily 1140 mit dem frisch geboosterten Poughkeepsie. Genau, deshalb fiel auch die Episode am 24. leider aus. Heute habe ich dafür mit dabei 4G, OneDrive, Huawei, Acara und Cyberduck. Huawei übrigens in mehrfacher Ausführung. Warum geht es heute um 4G? Das hat nichts mit Corona zu tun, das hat mit Acer zu tun. Und noch mehr vor allem mit VE. Möchtet ihr euch erinnern, die lustigen Vögel, die damals das mit dem Dieselskandal hatten, die stehen vor dem nächsten, in Anführungs-Schlusszeichen, vielleicht Skandal. Sie haben nämlich von Acer gewisse Patente oder Lizenzen geholt, um 2G- und 3G-Patenten zu nutzen, um in ihren Gerätschaften, vor allem in neueren Geräten, Zugang zu diesem Internet zu haben, im Fahren gefährt. Und da haben sie jetzt aber eben nicht nur 2G- und 3G-Chips verbaut, sondern in den letzten zwei, fast drei Jahren, aber vor allem 4G-Chips verbaut. Und da hat Acer auch Patente obendrauf und die will man natürlich auch bezahlt wissen. VW meint dazu, ja, äh, nicht ganz so. Ähm, Acer eben doch. Und jetzt geht das Ganze natürlich dann irgendwie irgendwann vor Gericht. Jetzt dürfen wir mal gespannt sein, wie das ausgeht. Es könnte relativ teuer werden. Wie immer kommt diese News von WinFuture, also ein eher sehr reiserisch geschriebener Artikel, aber ich möchte es VW gönnen. War der jetzt böse? Ja, tut mir trotzdem fast nicht leid, glaube ich jetzt. Weiter geht's mit OneDrive. Wir hatten es schon mehrfach. Hier aber auch in den News-Episoden vom Geek Talk, unserem Mutterformat. Ja, die, ähm, Cloud-Speicher-Geschichte, die so günstig ist, weil noch ein Office mit dazu kommt und alles drum und dran, hat auch seine Tücken. Wer da drin seine Fotos bunkert, sollte da lieber Fotos bunkern von Häusern, Gebäuden generell, von, ich weiss auch nicht, von der Strasse oder vielleicht von Kaugummi, der auf der Strasse klebt oder ein bisschen Bergen, Umgebung, macht ja keine Bilder von euren Kindern und ladet die da hoch. Was mich daran erinnert, dass ich meine ganzen Fotos schon lange mal als OneDrive nehmen wollte, denn es passiert immer mehr eben. Man hört es immer wieder von Konten, die gesperrt werden. Das ist dann noch das eine. Das andere ist hässlich, weil man bekommt die meistens nicht mehr frei, hat dann keinen Zugriff auf seine ganzen Office-Dokumente, hat keinen Zugriff mehr auf seine ganzen Xbox-Inhalte etc. Da ist ein riesen Rattenschwanz, der da hinten durch oder hinten mit drankommt. Aber das Schlimmste ist, wenn im Nachhinein noch ein Post kommt von der Staatsanwaltschaft, die dich anklagen wegen Kindesmissbrauch oder eben was in die Richtung. Und sowas hat der Martin Goiss von Dr. Windows schön beschrieben, also eben schön, hat es beschrieben, was da passiert ist. Und sowas will man einfach nicht. Also somit, nehmt eure Fotos aus der OneDrive raus. Muss ich mir gleich mal in meiner To-Do-Liste ein bisschen weiter nach oben schieben, weil ja, gefährlich. Dann hat Huawei kurz vor Weihnachten noch ein kleines Feuerwerk losgelassen. Unter anderem haben sie das Huawei MateBook X Pro 2022 vorgestellt. Ich bin ein grosser Fan von MateBook, das wie ein bisschen ein MacBook ist, einfach in der Windows-Welt. Es hat ein Touchscreen, es hat einen guten Touch-ID, hätte ich jetzt fast gesagt, Fingerprint-Sensor drauf. Es läuft gut, es ist extrem geil verarbeitet. Windows 10 läuft drauf, logischerweise auch ein bisschen mehr. Habe es schon abgedatet auf Windows 12, genau, Windows 11. Und das kommt jetzt, wie gesagt, in einer neuen Version raus. Es ist in etwa gleich gross, gleich dick und alles drum und dran. Hat aber die neuesten Intel Core-Prozessoren drin, bis zu 16 GB RAM. Speicher bis zu einem Terabyte auf NVMe-SSD-Basis und so weiter und so fort. Also ein richtig schönes, schickes Gerät. Ich bin mal gespannt, ob das auch hier nach Europa kommen wird. Auch gespannt sein darf man, ob das neue Wearable den Weg bis zu uns findet. Die Huawei Watch D. Das Ganze ist ein Wearable in quadratischer, also bis zu einer rechteckigen Form. Das, was da drin ist, fehlt gewissen anderen Produkten vom Wearable-Bereich. Bei Huawei noch. Es hat nämlich einen Blutdruck- und EKG-Sowie-Blutsauerstoff-Messung. Blutdruck und Sauerstoff gibt es bei den anderen, aber das EKG fehlt noch. Respektive wurde noch nicht für den europäischen Bereich ausgerollt. Auch hier bei diesem Gerät ist es so, zuallererst wird das mal eben in China funktionieren. Ob und wann und sowieso dann auch nach Europa kommen wird, das wird sich zeigen müssen, wenn dann eine Europa-Vorstellung kommen wird. Und ich habe da, glaube ich, irgendwo was munkeln hören. Jetzt nicht spezifisch auf dieses Produkt, aber auf eine Vorstellung. Dann haben sie auch gezeigt, und da bin ich sehr gespannt, weil ich bin an der Technik sehr interessiert. Das Huawei P50 Pocket. Ein neues Foldable im Stil von Samsungs kleinem Z-Fold. Oder wie es heisst, was mich ja damals so begeistert hat. Und noch mehr begeistert hat mich das von Motorola, wegen dem vielen Falz in der Mitte. Und so schaut es bei dem fast hier auch aus, aber das wird sich noch zeigen müssen. Was kann es? Es hat kein 5G drin, das wissen wir leider mittlerweile bei Huawei. Dank USA ist hier nach wie vor zwar ein Snapdragon 888 drin, aber nur die 4G-Version. Was sage ich nur? Wenn man ja in gewissen Ländern lebt, hat man noch nicht so viel 5G. 6,9 Zoll Bildschirmdiagonale und alles Mögliche ist da mit drin, was man gerne möchte. Es gibt eine Premium Edition in der Farbe Gold. Da hat man auch ein bisschen mehr Speicherplatz und ein bisschen mehr RAM. Alles in allem. Ansonsten ein sehr, sehr vernünftiges, von der Technik klingendes Gerät. 4.000 mAh, Schnellladeakku mit 40 Watt. Und ja, was will man noch mehr, wenn man ein Klapp-Smartphone mag? Ein rundes Aussendisplay. Das finde ich mal irgendwie schick. Obwohl, da wiederum gefällt mir dann, das habe ich euch ja schon mal erzählt, die Oppo-Variante davon, von einem Klapp-Smartphone, ein bisschen besser. Aber beides ist noch nicht in Europa und somit noch ein bisschen weiter weg. Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Acara. Nachdem die 3er-Version vorgestellt wird, kommt jetzt das G2H Pro in der Kamera ab mit ein bisschen mehr in der Reihen, ein bisschen mehr Auflösung, besser gesagt bis zu 24 Frames pro Sekunde. Was hier der grosse Vorteil ist im Vergleich zum Vorgänger ohne das Pro ist, es ist nicht nur HomeKit-Secure-fähig, es kann auch Alexa und Google mit denen zumindest kommunizieren und somit sich da ins Ökosystem einbinden lassen. Eindrücklich und spannend ist natürlich, was man damit machen kann. Man kann, dass da es nicht nur eine Kamera ist, sondern eben auch, wie der Name sagt, ein Hub, auch Geräte, weitere Geräte mit einbinden. Acara hat ja ganz viele Sensoren, von Bewegungssensoren, Über-Tür-Fenster-Sensoren etc. Schaut am besten mal auf dem YouTube-Channel von Pogipsi Network rein, da habe ich mal eins oder glaube ich sogar mehrere Videos dazu gemacht. Da kann man bis zu 64 solche kleine Sensoren mit einbinden und das ist ja schon mal eine Ansage. Nie umgekehrt. 129 Sensoren kann man mit einbinden, beim Vorgänger waren es noch 64. Gut, schöne neue Welt und oder auch nicht. Ein Update wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, aber wenn man noch keine solche hat, kann man sich das überlegen, weil ein Z-Wave, äh, nicht ein Zigbee, ein Zigbee 3, äh, Repeater, sage ich schon genau, ähm, Hub ist da auch mit integriert. Also da kann man schon ein bisschen was machen. Weiter geht es noch, zu guter Letzt, mit einer neuen Version von Cyberduck. Erst vor kurzem habe ich mal darüber gesprochen, über die 8. Version. Jetzt kommt eine leicht verbesserte Version mit der Punkt 2. Wer also das Ganze nutzt, sollte da updaten. Es gab das eine oder kleine Bugfix, aber auch nur in spezielleren Geschichten. Wer die also betroffen hat und auch generell, halt, Updates sollte man einspielen. Für all diejenigen, die auf der Suche nach einem FTP sind, kostenlos für Mac und Windows erhältlich. Schweizer Software kann ich sehr, sehr empfehlen. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich kann euch noch nicht versprechen, wie es zwischen den Jahren, ähm, ähm, Folgen oder Episoden geben wird. Ich gebe mein Bestes und wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Start in die Woche. Für all diejenigen, die Urlaub, Ferien, was auch immer haben, geniesse es für alle anderen auch. Weil Arbeit kann schön sein. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.